Servus! Sag mal, du bist zu spät, du kommst hier mit einer Seelenruhe rein, als wäre das vollkommen in Ordnung. Ich weiß, aber hören Sie mir ganz kurz zu. Ich hab einen Grund, wieso ich zu spät bin. Wir sind alle gespannt, wir hören dir zu. Ich pünktlich wie die Eins geht zum Bus, Bus baut Unfall, Bus fällt um, Bus, Räder, alles fällt ab. Ich denk, okay, I want's, ich hab keine Zeit, lauf zur nächsten Bushaltestelle. Geh in den nächsten Bus rein, Busfahrer schläft einfach mit dem Kopf auf dem Lenkrad, ich geb ihm eine Schelle, er wacht auf. Erstmal 5 Minuten Zeit verschwendet, er fährt los. Dann, er fährt plötzlich los mit 80 km, versteh ich überhaupt nicht. Dann, er bot den nächsten Unfall, mit dem Bus, der vorher schon einen Unfall hatte. Ich sag, ey Bruder, ihr könnt mich doch nicht verarschen, seid ihr alle zu doof, habt ihr überhaupt den Führerschein gemacht. Dann dachte ich mir einfach Scheiß drauf, ich setz mich jetzt ans Steuer und fahr bis zur Schule mit dem Bus. Scheiß auf die Route, Scheiß auf alles, Scheiß auf die Passagiere, ich muss zur Schule! Angekommen, hab ich erstmal aus Versehen noch die eine Säule von der Schule kaputt gefahren. Denkmal, Schutz, Scheiß, egal, egal, alles egal. Bin hier hochgerannt und jetzt darf ich mir anhören, dass ich zu spät bin. Wollen sie mich eigentlich verarschen? Wollen sie einen Knoppersriegel haben? Irgendjemand hier. Ich setz mich hin.